Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Ski-In-Haul für dich, denn ich habe einige Produkte zugeschickt bekommen, die ich gerne in diesem Video einfach mal zeigen wollte und gucken wollte, wie auch die Qualität so ist. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist ein Kooperationsvideo. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich habe die Produkte kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und konnte mir da ein bisschen was aussuchen. Und habe auch einen Code bekommen, ClaudisWelt15. Damit sparst du, also habe ich jetzt mal hier so eingeblendet, ne? Damit sparst du entweder 10% ab einer Bestellsumme von 29 Euro, glaube ich, und 15% ab 49 Euro. Habe ich aber nochmal genau reingeschrieben und auch unten in der Infobox reingepackt. Ich habe alle Produkte, die ich jetzt hier zeigen werde, auch in der Infobox verlinkt. Und ja, ich habe ein Paket und das möchte ich gerne aufmachen. Das sieht schon mal richtig gut aus. Also das ist tatsächlich jetzt die Unterseite, weil auf der Oberseite steht ganz, ganz häufig mein Name. Und das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt in die Kamera halten. Genau. Gut, aber wir machen jetzt einfach mal das große, mega krass verklebte Paket auf. Sammy ist übrigens auch am Start. Ich finde das total spannend hier. Ich habe tatsächlich auch schon einige She-In-Hauls gesehen bei anderen YouTubern oder bei anderen Influencern. Ich bin ja in dem Sinne kein Influencer. Also ich bin ja einfach nur hier. Hi. Und ja, war immer ziemlich angetan auch von den Produkten. Und ich war mega glücklich, als She-In mich dann angeschrieben hatte und gefragt hat, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und mein Hund steht gerade hinter mir und möchte einfach lieb gehabt werden. Ich möchte sie gestreichelt werden. Der ist neugierig. Der ist genauso neugierig wie ich. Ich schreibe euch mal rein, wie lange das ungefähr gedauert hat, bis die Produkte bei mir eingetroffen sind. Also es kamen zwei Schüben. Erst kam ein Beutelchen, sage ich mal, mit drei Teilen. Drei Teile, genau. Die sind auch schon auf dem Kleiderständer. Und dann kam jetzt diese Woche dieses Paket an. Sieht einfach gut aus, ne? Du hast halt hier die ganzen Sachen schön eingepackt, dass es auch alles clean ist und so. Das finde ich auch super. Und hier sind dann die einzelnen Beutelchen. Und das ist alles in so einem Sippbeutel drin. Man könnte also theoretisch diesen Sippbeutel auch weiterverwenden, ne? Also das muss man nicht wegschmeißen. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Geschichte. Du hast halt immer ein Loch drin. Dieses Loch finde ich persönlich, als ich mache ein Haul davon, praktisch, weil ich das gleich mit über den Kleiderbügel packen werde. Aber ja, ansonsten, genau, kann man das halt als Aufbewahrungsbeutel für Kleidung. Oder wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, so als Schuhbeutel oder so verwenden. Und hier habe ich zum Beispiel das erste Teil, was ich hier so drin habe. Du hast hier nicht irgendwelche extra Verpackungsgeschichten, was ich echt cool finde. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Try-On-Haul-Teil, oder? Starten wir doch zuallererst mit diesem Kleid, was ich wirklich schön finde. Also das ist halt auch ein Kleid, das kann ich im Büro anziehen, das kann ich zu Hause anziehen. Das kann ich anziehen, wenn es richtig heiß ist. Das kann ich auch anziehen, wenn es ein bisschen abkühlt und nicht mehr ganz so heiß draußen ist. Ich mag diese Armlänge. Das ist so schön. Das ist so luftig und locker. Man kann sich hier so ein schönes Gürtel-Ding drum machen. Finde ich extrem schön. Ich mag es übrigens auch total, wie das hier von der Rockform aussieht. Denn ich mag es, wenn ich mich drehe und mein Kleid so richtig mädchenmäßig walt. Also ich finde es total schön. Also das fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Und passt jetzt auch voll zu meinem Make-up. Mit den roten Lippen mag ich das richtig gerne leiden. Denn das ist halt ein ganz, ganz, ganz tolles Kleid, finde ich. Oder? Ich mag das. Für mich auf jeden Fall ein richtig cooles Kleid. Ein entspanntes Kleid, womit ich mich auch sehr, sehr wohl fühlen kann. Was nicht irgendwie irgendwas durchscheinen lässt und auch nicht zu aufreizend wirken könnte oder so. Echt top. Dieses Kleid hat jetzt schon wieder ein bisschen mehr Krabum. Nicht nur, weil das hier, ja, doch ein wenig mehr zu sehen hat, durchsehen lässt, als das andere Kleid. Sondern auch, weil das einfach so ein bisschen so, so spanisch angehaucht, sage ich mal. Holla, die Waldfee, guten Morgen. Ich finde es, auch das passt zu meinem Look tatsächlich. Wegen den roten Lippen halt. Also rote Lippen passen zu allen. Lasst euch niemals was anderes sagen. Ja, ich finde das einfach schön. Es ist an den Armen auch einfach eine schöne Geschichte. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt die Arme hebe. Nee, doch nicht. Es ist halt ein Wickelkleid, ne? Es ist super stretchy. Also nicht stretchy, sondern es geht klar, wenn ich das hochhebe. Ich hatte jetzt erst Bedenken gehabt, wenn ich meinen Arm hebe, dass es hier kürzer wird. Aber eher doch hier vorne. Holla. Also das ist mehr so ein Kleid, was ich dann, ja, zum Feierabend hin anziehen würde. Aber es gefällt mir mega vom Stil her. Ich fühle mich auch sehr, sehr reif, erwachsen und sexy damit. Also das ist echt krass. Ich mag auch hier gerne, dass man hier diese, ja, wie heißt das denn? Rüschchen? Ich glaube, Rüschchen nennt sich das, ne? Dass man das hat und, ja, es ist so ein richtiges Lolita-Kleid, finde ich, ne? Finde ich echt toll. Man muss nur aufpassen, dass es einem nicht zu aufgeht und man muss hier einfach ein bisschen aufpassen, weil es da ein bisschen kurz sein könnte. Ansonsten, ich finde es mega schön. Übrigens zur Referenz, 1,73 Meter bin ich groß. Ich wiege so ungefähr 73 Kilo und ich trage normalerweise bei Kleidern und bei Kleidungsstücken allgemein die Größe M und ich habe mir hier auch die Größe so bestellt, wie ich sie normalerweise auch in europäischen Shops, sage ich mal, bestellen würde. Deswegen, ja, das ist echt ein hammer cooles Kleid, finde ich. Macht schon was her, ne? Jetzt werden wir mal wieder etwas züchtiger, sage ich mal. Nicht nur, weil das Kleid einfach ein bisschen länger ist, sondern auch, weil das ein bisschen niedlicher, so vom Allgemeinen her ist. Es hat auch noch ein Unterkleid hier unten drunter, also so ein Unterrock, ne? Damit es nicht zu durchsichtig ist. Es ist halt auch von der Oberfläche her ganz, ganz interessant, denn es ist so ein bisschen gepunktet. Man sieht es hier auch an den Armen, ne? Da ist halt hier kein Unterstoff drunter. In dem Bereich ist es sehr geschlossen, aber wirklich ein tolles Kleid fürs Büro. Das ist jetzt hier natürlich auch ein bisschen, ja, niedlicher, mädchenhafter und nicht ganz so erwachsen, sage ich mal. Oder eben deswegen, weil es ein bisschen züchtiger und niedlicher ist, ein bisschen erwachsener. Ich weiß es nicht, aber ich mag es richtig gerne. Ich hatte das im Online-Shop auch gesehen und habe mir auch gedacht, boah, dieses Kleid ist so schön. Das ist 1A fürs Büro. Das ist nicht so für die ganz heißen Tage. Ne, da wird mir zu warm drin. Ich merke es jetzt ja auch mit den Lichtern, ne? Dass es doch relativ warm gerade wird. Aber ich bin gerade hin und weg von diesem Kleid. Es ist schön geschnitten. Ich meine, das passt hier alles ganz super zusammen. Es ist jetzt mit dem Dunklen ein bisschen schwierig. Da sieht man das wahrscheinlich in der Kamera nicht ganz so gut, wie das in der Realität ist. Hier ist so ein Gürtel drum zu. Den könnte man theoretisch auch einfach abmachen, ne? Ob man den haben möchte oder nicht. Dann hat man halt noch ein zusätzliches Schleifchen und eine zusätzliche Teilierung. Man hat hier auch, wie bei den anderen Kleidern, einen schönen Gummizug. Ich komme auch ganz normal in die Kleider rein. Ich muss da jetzt nicht irgendwie, da braucht man jetzt keinen Reißverschluss oder sowas. Die kann man sich einfach überwerfen. Das ist auch total unkompliziert. Und was ich auch sagen muss, und das ist immer eine ganz wichtige Sache, finde ich, bei Online-Shops, die aus dem asiatischen Bereich kommen, ne? Die Kleidung riecht nicht so. Also, sie riecht ein bisschen, ja. Aber das ist normal. Also, man riecht halt so ein bisschen diese Produktionsgeschichte, ne? Das riechst du in fast allen Klamottenläden ja auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen unangenehmen, beißenden Geruch hier hätte, sodass ich Kopfschmerzen kriegen würde zum Beispiel. Das würde ich jetzt hier in diesem geschlossenen Raum auch auf jeden Fall merken, wenn da irgendwas bei wäre, was mir nicht gut tun würde. Dieses Kleid ist so schön. Ich finde die Kleider allgemein so schön. Ich hätte nicht mit so einer Qualität gerechnet. Ich bin ehrlich, ne? Hätte ich nicht. Hätte ich überhaupt nicht. Also, ja. Ich fühle mich gerade richtig, richtig wohl. Ich fühle mich hübsch. Ich fühle mich ready to go. Ich fühle mich gut angezogen. Was will man mehr, oder? Was will man eigentlich mehr? Und hier ist es auch wieder dieses Walle, Walle. Mag ich richtig gerne. Ist es hinten sogar ein bisschen länger? Nö. Ist genauso lang. Mega, oder? Das hier war ein so ein Kleid, wo ich mir gedacht habe, ah, das könnte schwierig werden von der Farbe her. Weil ich ja wirklich, wirklich blass bin. Aber irgendwie finde ich das schön, dass es einfach mal so was Helles ist. Ich jetzt auch schon wieder mit diesem Lippenstift, Leute. Das ist echt krass. Es ist nicht geplant gewesen, dass ich mein Full Face Physicians Formula vor diesem Video schminke. Und das habe ich vor allem auch schon eine ganze Weile drauf. Deswegen, ne? Deswegen, ja, habe ich nicht damit gerechnet, dass das alles so gut zusammenpasst. Dass ich, na, boah! Ich kann so, keine Ahnung, auf eine Grillparty gehen. Guck mal, wie schön das aussieht, ne? Das ist einfach eine schöne Qualität. Das ist, ich finde das Muster schön. Das Muster ist auch klar gedruckt. Ich komme mal ein bisschen näher ran, dann sieht man das wahrscheinlich auch ein bisschen besser, ne? Es ist nicht so, dass es irgendwie ausbluten würde oder so. Das ist auch immer so eine Qualitätsgeschichte, finde ich. Es sitzt so gut, meine Herren. Warum habe ich mir die Kleidung von Shein nicht schon vorher mal angeguckt? Und das ist hier auch wieder so ein schönes Bündchen. Das ist aber, ja, auch Gummizug, ne? Aber hier so ein bisschen verstärkter, was ich auch richtig toll finde. Es fällt halt auch jetzt nicht irgendwie wie ein Sack oder wie, keine Ahnung, ne? Wie Kittelschürze oder so, ne? Sondern es fällt richtig gut. Ich fühle mich unheimlich wohl hier jetzt gerade drin. Und ich finde, dass es mir auch einfach steht. Sonst bin ich bei solchen, ja, leicht beige-mäßigen Farbgebungen. Oder es ist ja ein ganz pastellmäßiges Altrosa, sag ich mal, ne? Bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Aber das sieht so gut aus. Cool ist auch, dass du hier tatsächlich so eine Zwei-Lagen-Optik hast. Also du hast hier, ja moin, ne? Nochmal so ein Röckchen drüber, was man so hochheben kann. Das ist halt wirklich komplett hier durchgehend, dass du da zwei Lagen hast, sodass das Ganze auch so ein bisschen verspielter ist und man wieder dieses Wuhu-Gefühl hat, was ich ja so liebe. Also wirklich, Leute, das ist eine gute Geschichte, auch von der Länge her, ne? Es ist ja schon lange nicht mehr, dass man sagt, oh mein Gott, im Büro muss man Knie lang tragen. Wäre bei meiner Größe auch einfach nicht möglich, ne? Also das ist auch eine perfekte Länge für mich fürs Büro. 1a, also die Kleidungsauswahl für nächste Woche für mich steht auf jeden Fall safe. Und ja, Mann! Ich finde das so schön gerade. Oh Mann! Das ist so ähnlich geschnitten wie das Blaue, was ich eben schon anhatte mit den Punkten drauf. Das hier ist jetzt in Weinrot und hat hier auch wieder diesen Gürtel mit dabei. Das hat hier auch wieder einen Gummizug. Das hier ist sogar noch ein bisschen züchtiger, weil man hat hier so einen Druckknopf, den kann ich theoretisch auch aufmachen, aber dann sieht man den auch. Das finde ich dann halt auch irgendwie nicht so schick. Man sieht ihn so leider auch ein bisschen, was ich jetzt nicht so cool finde. Das heißt, das hier ist jetzt bislang das Kleid, was mir dann irgendwie bislang am wenigsten gefällt, aber es gefällt mir dennoch so. Auch hier hast du wieder bei den Armen dieses Muster. Das ist übrigens echt erhaben, ne? Also die Punkte da drauf. Hier sieht man ein bisschen kleinen Verarbeitungsfehler, aber den kann man auch einfach abmachen. Ansonsten hast du hier nicht so abstehende Fäden oder sowas. Das finde ich auch ganz gut, aber das war jetzt so ab und an hat man so ein bisschen was Loses aufliegen, aber das kann man einfach so runter machen. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch verhält, wenn ich das wasche. Die Sachen werden heute Abend tatsächlich gewaschen. Wir haben es jetzt 20 vor 10, läuft bei mir. Ja, ansonsten, es sitzt gut. Ich habe hier auch wieder ein Unterkleid drunter und hier habe ich tatsächlich nicht nur ein Unterkleid drunter, sondern dann auch noch hier so eine Lagenoptik mit dabei. Also das ist so richtig Walle-Walle und auch wieder diese mag ich auch. Also das ist auch wirklich ein schönes Kleid fürs Büro. Für mich tatsächlich sogar ein bisschen zu züchtig. Also ich persönlich hätte es jetzt noch ein bisschen offenherziger genommen, aber ja, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich qualitativ gut an und ich fühle mich damit angezogen und ich fühle mich damit echt durchaus wohl. Und mir ist gerade unheimlich warm. Ja, das ist dann doch eher ein Kleid, was man nicht anzieht, wenn es so warm ist wie jetzt gerade. Hier habe ich jetzt mal eine Kombi angezogen, die ich auch irgendwie so ziemlich cool finde. Da habe ich jetzt einfach so ein hellblaues T-Shirt. Das kann man entweder so tragen, dass man hier so einen richtigen U-Boot-Ausschnitt hat oder man macht sich das ein bisschen höher, dass man einfach so einen lockeren Ausschnitt hat. Alto Belly betont das die Hupis? Mega! Ja, finde ich sehr, sehr schön und dazu habe ich kombiniert eine kurze Hose und das ist so eine Stoffhose, die so ein bisschen Nadelstreifen auch mit drin hat. Ja, die habe ich in der Größe L bestellt. Die hat sogar richtig schöne Taschen und das finde ich ja ziemlich lässig. Ich weiß nicht, ob ich so ins Büro gehen würde. Das ist echt eine Frage, weil die Hose doch wirklich sehr, sehr kurz ist. Ich weiß nicht, wenn ich mich bücke, habe ich glaube ich ein bisschen Angst, dass man meinen Puppes sehen könnte. Das ist grenzwertig, ne? Ansonsten finde ich das als Kombi auch wirklich schön. Wow! Stehe ich drauf. Genau, die Hose ist hier auch so zum Schnüren. Die hat hier ganz normal so eine Schließe, wie halt diese Anzugshosen manchmal haben. Aber ich fühle mich gerade voll trendy, Mann. Und habe auch noch blauen Lidsch an. Das wollte ich nur mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Naja, auf jeden Fall finde ich das wirklich schön. Ich mag das gerne leiden. Ich finde, dass es auch alles sehr bequem sitzt. Ja, ich kann mich ganz gut damit bewegen. Auch beintechnisch ist es immer so eine wichtige Sache. Auch hier, da hätte ich dann eine M nehmen können. Ich weiß nicht. Dann hätte die nicht so bequem gesessen. Nein, ich glaube, Elle ist da wirklich auch genau passend. Das T-Shirt ist tatsächlich, das kann man jetzt so schlecht zeigen, aber wenn ich die Arme hochhebe, ne? Das ist halt auch etwas kürzer. Ich hätte es auch einfach drüber machen können, ne? Das wäre einfacher gewesen. Aber Leute, einfach kann auch jeder. Okay. Das hat auf jeden Fall hier unten am Bündchen halt genau das gleiche Bündchen, wie man das so auch hier an den Armen hat und wie ich das halt auch hier am Ausschnitt habe. Es ist sehr, sehr gut gearbeitet. Das hat einen sehr leichten Stoff und ich merke auch jetzt, dass ich halt schon schwitze, aber das liegt jetzt nicht am Stoff, sondern es liegt daran, das sind hier gefühlte 5 Milliarden Grad und ja, aber ich würde das tatsächlich eher hier so reinstecken. Ich glaube, das sieht irgendwie dann stylischer aus, oder? Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so der Oberstyler, aber weiß nicht. Ich würde so auf jeden Fall generell tragen. Wie gesagt, im Büro ist das mit der Hose halt eine Frage. Wobei das eigentlich auch so eine richtige Bürohose wäre, ne? Die ist schon sehr kurz. Die ist schon... Also wenn die blöd hochrutscht, dann sieht man doch sehr viel Bein. Aber sonst, ne? Also die Taschen sind vor allem auch riesengroß. Ich weiß nicht, ich komme hier einfach unten wieder raus. Das ist total cool. Doch, ich mag die Kombi. Aber wir sehen uns mal an, wie die nächste Kombi aussieht, die ich mir so überlegt habe. Joa, also die Hose habe ich jetzt angelassen. Ich habe jetzt einfach nur ein anderes T-Shirt angezogen. Ich mag ja dieses Mintgrün. Ich mag auch gerne diesen Look, dass es halt so eine Pusteblume ist. Das finde ich echt schön. Das gefällt mir. Es hat so ein Gefühl von Freiheit. Und ich glaube, wenn ich halt so eine relativ freizügige, kurze Hose anziehe, macht es durchaus Sinn, da auch ein T-Shirt zu kombinieren, was jetzt nicht ganz ultra eng anliegend ist. Jedenfalls nicht zur Arbeit, ne? Also ich denke schon, dass ich mich so auf der Arbeit durchaus wohlfühlen könnte. Ja, doch. Kann ich mir doch wohl vorstellen, ne? Also das macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Die Qualität vom T-Shirt finde ich richtig gut. Also das ist besser als jede Hasimausi-Qualität, sage ich jetzt mal. Definitiv. Also eine schöne Geschichte. Mir gefällt das T-Shirt. Ich finde es auch nicht so dörfsichtig, ne? Das muss man auch sagen. Ich habe zwar einen Nudefarben im BH drunter, den ich mal kurz nochmal zurechtwubbel. Scharfer Move, es tut mir leid. Genau, aber so gefällt mir das auf jeden Fall. Die Farbe ist auch Hammer. Passt auch voll zum Lippenstift. Leute, wie oft habe ich das schon gesagt? Ihr könnt übrigens auch gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, wie ihr so die Outfits findet, wie ihr die so bewertet und ja, was ihr findet, was mir steht und was mir eher nicht so steht. Das habt ihr auch in den anderen Videos gemacht, was ich auch voll gut finde und was ich auch definitiv für die Zukunft berücksichtigen werde. Denn das fühlt sich für mich einfach so an, als würde ich mit einer Freundin shoppen gehen, die mich dann entsprechend berät. Und das finde ich gut. So, soviel zu diesem ziemlich scharfen Outfit, was ich hier anhabe. Und jetzt werden wir mal ein bisschen was switchen. Ein bisschen was switchen ist gut. Ich habe jetzt einfach mal das komplette Outfit gewechselt und habe jetzt das letzte Outfit an. Und das, meine Lieben, ist der Hammer, oder? Ich liebe den Schnitt von diesem T-Shirt. Oh, das ist hellblau. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera auch hellblau rüberkommt. Ich mag, dass es hier so gerade runter geht und dann nochmal so, weil das macht irgendwie alles so schön. Das hat was von so einem, ein bisschen was von einem Dirndl, sage ich mal. Aber auch so ein bisschen was von so einem Abendkleid, von so einem Prinzessinnenkleid. Ich fühle mich damit so unfassbar schick. Mega geil. Und ich fange gleich an, hier irgendwelche Dornröschen-Lieder zu singen. Wahnsinn. Und dann der Rock dazu. Das ist doch auch klasse. Guckt euch den Rock mal an. Ich finde den so unfassbar schön, als ich den eben ausgepackt habe. Habe ich echt gedacht so, oh ja, endlich. Ich liebe solche Röcke. Ich habe einen so einen ähnlichen Rock und den rocke ich echt runter. Im Sommer trage ich den so, so häufig. Und jetzt habe ich endlich einen, der wirklich vergleichbar ist. Die Qualität ist top. Gefällt mir unheimlich gut. Das Outfit passt gerade so richtig gut zusammen. Ich fühle mich damit auch wirklich so, als würde ich auch so ein ganz kitschiges, mega romantisches Date gehen. So fühle ich mich. Wahrscheinlich dann aber nicht mit dem Lippenstift, oder? Naja, aber das ist trotzdem eine ziemlich geile Nummer. Und ich finde, der Stoff ist wirklich super, super weich. Das ist wahrscheinlich auch wieder was mit Viskose. Super angenehm. Wahnsinnig schön. Also den Rock, den muss ich auch nochmal zeigen, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Der hat hier ja die verschiedenen Abteile, sage ich mal. Dass er dann so runterfällt. Hier oben ist er dann mit so einem sehr entspannten, sehr lockeren Gummizug. Hier haben wir so einen Unterrock. Der ist null durchsichtig. Also ich habe hier drunter was Graues drunter, was man nicht sieht, Leute. Ansonsten bin ich bei weißem Rücken immer sehr vorsichtig. Und ich will die ganze Zeit so machen, weil ich mich so... Oh, ich fühle mich so wohl in diesen Klamotten. Das ist echt schön. Also Leute, wirklich. Guckt euch bei Shein man um. Ich war am Anfang skeptisch. Ich bin ehrlich. Und habe mir gedacht, ja, mal gucken, was da für eine Qualität dann hier ankommt. Aber dass da so was bei rumkommt. Dass da so geile Produkte mit bei sind. Ich dachte immer, die Leute würden übertreiben. Und das wäre alles nicht so geil. Aber das ist echt eine richtig gute Qualität. Du hast ja nicht irgendwie, dass da 5 Milliarden Fädchen daneben hängen. Das stinkt nicht. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich weich an. Es fühlt sich nichts nach Plastik an. Es ist wirklich, wirklich toll. Und es gefällt mir. Und ich kann gar nicht aufhören, mich da in diesem Kameradisplay anzugucken, weil ich dieses Outfit so geil finde. Ne? Also. Ob ihr vorbeischauen wollt oder nicht, ist eure Sache. Ich habe nur einen Code, den ich euch mit an die Hand geben kann. Und ich weiß für mich, dass es für mich jetzt ein neuer, definitiv Anlaufpunkt für mich werden wird. In Sachen Mode und Beauty. Natürlich haben die auch manchmal Produkte, die meiner Meinung nach einfach zu kurz sind. Die mir persönlich einfach nicht stehen werden. Wo ich mich auch nicht mit wohlfühlen würde. Aber die Sachen, die ich jetzt hier rausgesucht habe, passen 1a zu mir. Also ich werde jedes Teil super gerne tragen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich, ja, angeschrieben habt, dass wir zusammengearbeitet haben. Und, ähm, ihr Lieben. Ne? Ich bin hin und weg. Ich freue mich gerade mega, dass ich dir jetzt gleich meine Waschmaschine anstellen kann, die ganzen Teile waschen und dann halt in den nächsten Zeiten, in den, in den nächsten Tagen tragen kann. So. Und ich bin fertig und mir ist sehr warm. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.